Musik Ich trage das graue Maus grau, weil wie eine graue Maus fühle ich mich manchmal im Homeoffice. Und ich vermisse das Grau, das Graue des Betons und vor allem die Menschen im grauen Beton der Ruhr-Universität. Um meinem grauen Alltag zu entfliehen, setze ich diesen Hut auf und begebe mich auf eine Reise nach Fernost. Und das garantiert Kerosin frei. Ich trage das alles, weil ich für die Zukunft vorbereitet sein will. Ich trage das alles, weil ich für die Zukunft bin. Ich trage das alles, weil ich für die Zukunft bin. Ich trage das alles, weil ich für die Zukunft bin.